Musik Hallo, ich bin Carsten in Nettetal. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal, ich bin heute, wie gesagt, bei Nettetal unterwegs. Das heißt, ich habe mir heute wieder eine Tour ausgesucht am Niederrhein. Ich habe ein paar Tage Urlaub. Als ich heute Morgen zu Hause losgefahren bin, war noch richtig schönes Wetter. Ich bin heute ca. anderthalb Stunden gefahren. Ich bin von meinen Eltern ausgefahren. Zwischendurch zweimal Stau gehabt. So bin ich auch erst relativ spät losgekommen. Kurz bevor ich hier angekommen bin, fing es dann auch noch an zu regnen. Hat dann aber zum Glück auch gleich wieder aufgehört. Ich hoffe mal, das Wetter hält sich ein bisschen heute. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach mit. Musik Ich bin heute, warum losgekommencje windows sind. Wie sieht dann von mir doch gerade entfernen. Musik 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 Das hier ist der Taubenbergsturm. Sein 28,8 Meter hoher Aussichtsturm hier auf dem Taubenberg. Und schauen wir mal, ob wir da jetzt hochkommen. Musik Ja, und leider ist heute irgendwie keine Fernsicht angesagt, aber man kann sich schon vorstellen, wie schön der Blick von hier oben sein kann. Ja, so ein Blick über das Blätterdach ist auch immer schon etwas ganz Besonderes. Man merkt auch ganz schön, wie der Turm hier in der Höhe schwankt. Musik 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 Ja, und auf dem Turm waren wir vorhin oben drauf. Ja, und das Tuckern da hinten sagt mir, dass ich gleich in Hinsbeck wieder zurück bin. Das heißt, ich bin mal wieder ohne Pause durchgelaufen. Musik Es ist eine schöne Tour. Ich glaube, der Herbst ist genau die richtige Zeit für diese Tour. Musik Und, ich habe es nicht bereut heute hier hingefahren zu sein. Das Wetter hat leider nicht mitgespielt. Es hat sich immer mehr zugezogen. Es ist immer dunkler geworden. Ich wollte eigentlich heute noch zwei VAs drehen. Musik Ich hoffe, euch hat es gefahren. Mir auf jeden Fall. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020